So Freunde, willkommen zu diesem Video. Wir werden uns die beiden neuen Opernhelden anschauen und dann werden wir auch wahrscheinlich verstehen, warum das mein Fokusportal sein wird und nicht die Ninjas. Unter anderem haben sie bei den Ninjas einen neuen Vorgestellten weggenommen, dafür Tamitomo hingestellt und zweitens, es waren jetzt wieder neue Ninjas in der Beta, das heißt wir haben über 10, 5er an Ninjas und die werden mit der Zeit nach und nach kommen, das heißt ganz von ausgehen, dass der Ninjaturm häufiger da sein wird und dann werden wir da beschwören, wenn mehrere da sind. Ja, macht am meisten Sinn eigentlich. Hier sind schon sehr viele Helden da und einige davon finde ich echt gut. Da macht das schon Sinn. Also nur mal so, ich hätte gerne ihn, also er wäre nicht schlecht, er wäre ganz cool. Ich mag sie einfach. Ja, sie muss nicht unbedingt so sein. Ja, vielleicht, weiß ich auch noch nicht. Sie ist ganz geil mit der Mega Heilung und ja, dann haben wir die beiden neuen und die schauen wir uns jetzt an und zu dem Van Rotbart habe ich auch Videos. Ja, das vom Monchamin habe ich jetzt, da habe ich jetzt kein Video zu dem Zeitpunkt, vielleicht kann ich das noch irgendwie mal nachreichen, wie es aussieht, also was er da tut und macht und alles drum und dran, ja, aber es geht tatsächlich primär um ihn hier. Aber wir gucken uns erstmal Armand Monchamin an. Hab das jetzt richtig ausgesprochen, das ist mir völlig schnurz. So, ja. Opernfamilie kennen wir, 1, 2, 3 Helden, ja, 15, 15 Angriff, Verteidigung und Lebenspunkte. Das ist gut. Passiv gegen Angriffsverschlechterungen widerstehen, das heißt, man kann ihm kein Attackdown geben, alles was mit diesem Symbol zu tun hat und das Passiv dieser Charakter hält 10% Leben, wenn eine negative Statusänderung abläuft oder gereinigt, entfernt oder verschoben wird. Dieser Effekt kann nur einmal pro Runde aktiviert werden. Spezialrüstung, ja, ist eine ganz nette Alpha-Fähigkeit, macht es halt Sinn bei jemandem, der vielleicht supportmäßig irgendwie unterwegs ist oder so, ne. Da müssen wir mal gucken. Also, Werte können wir davon ausgehen, ja, mit doppeltem Limit Break, Master Emblem sind brutal gut, also, weil neu erhält, vielleicht nicht brutal gut, aber neu erhält also dementsprechend schon, ähm, ganz ordentlich. So, Waldläuferklasse, ja, das ist jetzt nichts, was mich jetzt so großartig catcht, aber wir gucken mal. Armlos machen heißt das Special und der ist Mittel. Okay, verursacht 300% Schaden bei allen Gegnern. Ja, mit 1,6, ne, das ist ja dann noch, da kommt noch die Truppe dann halt dazu, ja, das ist easy 1,6. Ist schon nicht schlecht. Beschwört einen Mega-Bodyguard-Lakaien mit 50% Lebenspunkten und 250% Angriff des Wirkers. Also, jetzt geht's auch schon bei den Opernhelden, ähm, Helden, die, äh, Mega-Minions machen. Warum auch nicht? Das Ziel, das vom Mega-Bodyguard-Lakaien getroffen wird, schläft ein und erleidet während des Schlafs um plus 60% erhöhten Schaden. So, beim Schlafen ist das so, dass wenn die getroffen werden, aber wieder aufwachen. Ja, das heißt, wenn du mit Steinen rein spielst, macht nur der erste Stein plus 60% erhöhten Schaden, weil der zweite, oder nach dem ersten wacht er ja auf und dann macht der zweite Stein schon wieder normalen oder von mir aus auch Krittschaden, je nachdem, wenn du Glück hast, ja. Ja, ansonsten ist das natürlich nicht schlecht, wenn du ihn mit einem Sniper oder sowas, oder von mir aus auch mit einem anderen krassen Multi-Hitter kombinierst. Ja, dann wartest du ein, zwei Runden, wenn du Glück hast, kannst du das umspielen, die Helden, wenn jetzt keine blöde Kaskade kommt. Und dann hast du vielleicht zwei, drei Helden, die schlafen und dann ballerst du da entweder mit einem Sniper oder mit so einem krassen Hitter drauf, macht das plus 60% erhöhten Schaden. Und das Ding ist ja, dann ist er ja wieder da, aber in der nächsten Runde kann er ja wieder getroffen werden und schlafen. Das ist gar nicht mehr so schlecht, ja. Ein schlafender Charakter kann weder Mana gewinnen noch angreifen. Das schlafende Ziel wird geweckt, sobald es Schaden erleidet. Dieser schließt Schaden durch Lakaien und Unholde aus. Dieser Effekt kann nicht gereinigt werden. Also selbst wenn jetzt nur noch der Cleaner wach ist und alle anderen schlafen, dann kann der Cleaner die nicht aufwecken. Die werden wirklich effektiv nur aufgeweckt, wenn Stein oder Special drauf fällt. Ja, bei Minions auch nicht. Das ist an sich ja eigentlich dann auch eine ganz coole Sache. Kann man den also dann auch, kann man auch einen Supporter mit Minions irgendwie dabei haben oder sowas. Und Unholde sind dann wahrscheinlich Feinde in dem Fall. Gut. So, das heißt, wir haben einen, der macht Schaden, generiert einen Mega Lakaien, 50% Leben. Ja, also hier haben wir jetzt 2,5 ohne Truppe, heißt der Mega Minion hat 1250 Leben. Da muss er auch erstmal durchkommen, wenn der natürlich dann hier noch die passende Truppe hat und sowas. Dann hat er auch, geht er wahrscheinlich auch an die 1,4 oder sowas. Ja, vielleicht sogar auch an die 1,5, keine Ahnung. Den muss man erstmal wegkriegen. Und wenn man den überhaupt dann feuern kann und nicht schläft. Also, der ist schon ganz interessant hier tatsächlich. Kann definitiv nervig sein. Auf der anderen Seite auch sehr hilfreich im eigenen Angriff. Ist jetzt prinzipiell nichts für den Titan, ist klar. Man kann ihn aber ansonsten überall mitnehmen. Türme, Events, wenn man mit dem grünen Event-Team spielt. Weil er geht halt auf alle. Und Türme, Events hast du drei Gegner am Ende. Und wenn das dein stärkster Held ist, kannst du den da mitnehmen. Ansonsten halt auch Defensive. Würde ich einfach mal sagen, geht auch. Vor allem, wenn man halt guckt, dass man ihn vielleicht mit einem anderen Opernhelden noch zusammenpackt. Ja, dann gibt es ja hier noch Familienbonus und sowas. Noch ein bisschen schwieriger. Also, von daher. Offensive safe, natürlich. Defensive kommt halt so ein bisschen drauf an. Was hat man als Alternativen? Hat man da vielleicht irgendwas Krasseres, was angreift? Ja, also was auf vielleicht konzentrierteren Schaden auf 1 oder auf 3 macht? Zum Beispiel. Ja. Ja, kommt halt so ein bisschen drauf an. Aber vom Prinzip her würde ich definitiv sagen, Kategorie schon ziemlich gut eigentlich. Ja, dann könnt ihr mir vorstellen, dieser Megalakaide wird ein ordentliches Problem darstellen. Gut. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen krassen Typen. Der in der deutschen Version einen Übersetzungsfehler hat. Und dieser Übersetzungsfehler sorgt dafür, dass er noch krasser ist, als er eigentlich schon ist. Kommen wir jetzt zu. Also, hier ist es so, er hat die angeborene Fähigkeit, Verteidigung, also Defense Down zu widerstehen. Ja, das gilt nicht für elementaren Defense Down. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was Udile auch macht. Du kannst also keinen Defense Down da in irgendeiner Art und Weise setzen. Das Passiv haben wir gerade auch schon gesehen. 10% Leben, wenn negative Statusänderung abläuft, gereinigt oder entfernt wird, verschoben und so weiter. So, Special Boost. Der macht in den letzten 630% mehr Schaden. Das ist für einen Angreifer gut, der er auch ist. Also von daher passt das in dem Fall. So, Ballade der Pein. Ich habe ja schon gesagt, als wir uns das angeguckt haben, beim Kalender, dass der schon ganz ordentlich ist, ne? So, er ist mittel. Alles andere wäre auch zu mies. So, fügt dem Ziel 550% Schaden zu. Hier kommt der Fehler. Das Ziel und H. Gegner tanzen zur Ballade der Pein für 4 Züge. Das ist falsch. Es tanzt nur der, der getroffen wird. Also nur das Ziel. Nur einer. Werden wir gleich in dem Video sehen. Oder in den Videos. So, Ballade der Pein. Was wird gemacht? Der Tänzer wird zum Schweigen gebracht. Wenn der Tanz vorbei ist, erleidet der Tänzer 1700 Schaden. Alle bestehenden Statuseffekte werden entfernt, wenn ein Tanzstatuseffekt hinzukommt. Tanz gewährt Immunität, gehen neue Statuseffekte. Neue Tanzstatuseffekte ersetzen diesen Effekt. Also Tanz auf Tanz. Ja, dann setzt sich der neue Tanz. Tanzeffekte kann nicht gebannt werden. Der Effekt wird entfernt, wenn der Wirker besiegt wird. Das kennen wir alle schon. Ja, also im Endeffekt ist es so, wenn ich jetzt auf einen Gegner, zum Beispiel Christine feiere, dann tanzen die, dann tanzen drei im Optimalfall. Und wenn ich dann von Rotbart auf einen von diesen drei schon tanzenden feiere, dann ersetze ich bei dem einen den Tanz von Christine, wie sein Tanz. Relativ simpel. So, der Tänzer wird zum Schweigen gebracht. Wenn man davon ausgeht, dass wir auf einen schießen, 550 Schaden machen. Und er wird zum Schweigen gebracht. Für vier Züge, weil er tanzt ja für vier Züge. Das kannst du nicht entfernen. Also von daher, ähm, hast du erstmal vier Züge lang Ruhe und kannst Steine bewegen ohne Ende. Das Ding ist, das ist halt hier, das ist halt dusselig übersetzt. Das ist völlig falsch. Weil das Ziel und Neid, Gegner tanzen nicht. Es tanzt, wie gesagt, nur einer. Aber dieser Tanz breitet sich aus. So, das heißt, in der nächsten Runde tanzen drei. Also wenn du jetzt den Tank triffst. Das werden wir gleich sehen, ne? Anhand von Beispielen. So, und das heißt, das ist irgendwann so, dass du ein kurz danach, dass alle tanzen, ja, nach zwei Runden tanzen alle. Also Hit auf den Tank. Nächste Runde tanzen die Flanken mit. Nächste Runde tanzen alle fünf. So, das heißt, in dem, in dem Zeitpunkt kann keiner ein Special machen. Und das ist halt schon albern. Ja, wir werden das, wie gesagt, gucken wir uns gleich an. So, und dann, wenn der Tanz vorbei ist, erleidet der Tänzer noch 1700 Schaden. So, das heißt, da du diesen Tanz nicht verändern kannst, du kannst ihn, du hast da, du hast da keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was du machen kannst, ist zum Beispiel mit deiner eigenen Odile. Selber tanzen. Dann würdest du den Tanz da überschreiben, sofern Odile nicht getroffen worden ist. Ja, und zu der Ballade der Pine tanzen. So, ähm, das ist, das ist ein, eine Sache, wie man das, äh, abwehren kann. Ähm, Immunität funktioniert bei den Tänzen auch. Ja, also, wenn, sieht man dann teilweise, wenn ich mit Christine gegen Hathor spiele, Hathor hat Immunität, dann feuerst du drauf, und dann, ähm, setzt sich der Tanz nicht. Ja, ähm, ja, das, das sind so Sachen, aber sobald, getanzt wird, kannst du es halt im Endeffekt nur noch, durch einen Tanz, beenden, oder indem du von Rotbad killst. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat. Und wenn du jetzt halt wirklich, dann, dann bist du schon gedamaged, weil du jetzt so einen Helden nicht hast, ja, sondern sind da alle gesilenced, und so weiter, und dann, kommt noch 1700 Schaden. Das ist krass. Das ist echt, echt stark. Und er ist halt ein Grund, warum ich dieses Portal, meinem Fokusportal, gemacht habe, zusätzlich zu der Sache, dass halt bei den Ninjas, ein neuer Vorgestellter nicht mehr vorgestellt ist, sondern nur noch im Portal ist, und dafür Tami Tomo vorgestellt worden ist. Das finde ich nicht so, ganz so cool, ja, ähm, und weil halt noch, deutlich mehr Ninjas kommen werden, in der nächsten Zeit. Ähm, so, und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das hier mit ihm, so aussieht. An der Stelle, ganz kurzer Einschub, wir machen Sonntag um 11 Uhr, den Livestream. Ja, das ist schon, soweit, von meiner Seite her geplant. Okay, so, wir haben mehrere Beispiele, wo wir uns das jetzt mal anschauen. So, hier, jetzt sehen wir erstmal die Animation. So, und wir sehen, Garten hätte ausgelöst, so, jetzt tanzt er. So, und man sieht, es ist, es ist aus, ne? Er kann nicht feuern. So, jetzt spüren wir da rein, und jetzt, pass auf, der Tanz, zack. Also, das, was da stand, wenn er, wenn er auslöst, er geht direkt auf 3, Blödsinn, ja? Und da stand ja dann auch nichts mehr von, der Tanz verbreitet sich. ne? Also, das ist alles in der deutschen Übersetzung echt grausam. So, jetzt sehen wir aber, so, die tanzen. So, und wir sehen schon bei Lazara, der kann nicht mehr. Ne? Der kann nicht auslösen. Aber das ist auch ausgegraut. So, und jetzt Rollenbiest auch, zack. So, und geht weiter zu Nautica. So, Nautica kann jetzt auch nicht mehr auslösen. Und jetzt kann auch, äh, Potts nicht mehr auslösen. So, jetzt sind alle gesilenced. Jetzt kannst du theoretisch so viel spielen, wie du willst. Und bumm, 1700 Schaden, und, ja, das, das tat weh. Ja? Weil, wenn du mal guckst, 1700 Schaden ist schon eine Menge. Und das in einem Zeitraum, wo der Gegner sowieso nichts machen kann. Und in der Zeit, wenn du dann Glück hast, hast du deine Helden geladen und kannst danach dann feuern und killen. Ist schon, schon eine mächtige Sache. Also, hier haben wir jetzt gesehen, von, äh, Dafakir. Er hat den auf, äh, 2,32 kombiniert mit Siegfried und Daroga. Also, dreifacher Opa-Bonus. Dreifacher Opa-Bonus, sozusagen. Ja? In den Kampf gucken wir uns jetzt, oder wir können mal zu dem Zeitpunkt hinspringen, wo der auch an ist. Da ist Kater gleich an. So, hier, auch, auch schön, mal zu sehen, Daroga wird getroffen. Ja, der hat, auf 2,32 hat der so einen Pfefferflammenhit überlebt. Ja? Also, schon, schon solide. So. Natürlich Gegenschlag da, das ist jetzt nicht so cool. Okay. So, und jetzt ist was passiert. Was ist passiert? Resist. Und wir sehen dieses Zeichen hier. Das ist das Truppenzeichen. So, hier unten. True Passive Skill. Resist Status Elements extra, also 10% extra Chance to resist all Status Elements. So, das heißt, die Truppe des Mönchs, des Mönchen? Ne, des Mönchs, des Mönchs, ähm, kann dem widerstehen. So, das heißt, für mich, dass auch Kleriker diesem Tanz widerstehen können. Ja? Ähm, natürlich auch hier, ähm, der Mönch an sich sowieso, ja, der kann das auch. Also da sollte man dann vielleicht aufpassen, das ist ja genauso wie bei den anderen Tänzen, da kann dann halt auch widerstanden werden. Das heißt, dieser Tanz setzt sich nicht immer. Immunität, sehen wir gleich, schützt davor, die Klasse kann davor schützen und theoretisch auch die Truppe. Ja? Das waren jetzt halt 10%, ne? Das ist halt auch wieder so ein bisschen der Klassiker. Ja, da muss der auch gleich zweimal gucken. Ähm, kriegen wir ihn hier nochmal an? Ne, da ist er jetzt down. Okay, schade. Aber, das war das Beispiel, ja, dass halt, ähm, die Truppe auch dafür sorgen kann, dass man dem widerstehen kann. So, jetzt haben wir hier, auch nochmal ein Beispiel. Erwarten, bis er geladen ist. So, hier. Achso, ja, jetzt hat er ja kein Mana mehr. Daher ist wieder neu aufladen. So. Ukonen, Papyrus, lösen aus, okay. Man darf sich jetzt nicht über den Gegner wundern. Ja, er droppt ein bisschen Pokale. So. Todestiefel, zack. Alles entfernt, ja, weil der Tanz löst ja alle bestehenden Status-Effekte. So. Jetzt sieht man, es breitet sich schon aus, Papyrus und Ukonen sind drauf. Jetzt natürlich ärgerliches Timing, dass die beiden, die jetzt, oder einer davon in der nächsten Runde das kriegen würde, ähm, jetzt halt, äh, feuern konnte, aber da auch. Hast du gesehen? Der Tanz setzt sich, weil er sich ausbreitet und klaut ihm alle bestehenden Effekte. Boom. Ukonen könnte jetzt auslösen, kann aber nicht, weil er tanzt. Und hier auch, ne, auch stark. Der Gegenschlag, der geht eigentlich erst weg, wenn der Mega Minion down ist. Aber durch die Ballade, zack, Mega Minion nur da, aber Gegenschlag weg. So, und jetzt kannst du halt, ich sag mal, gemütlich reinspielen und boom. Da kam der Schaden. Na, also nach vier Hunden, so, das heißt, diese vier Runden, das läuft weiter. So, das heißt, der kriegt nach vier Runden, der kriegt eine Runde früher. Also, die sind alle gleich, zeitgleich, ne, aber diese, diese, diese Dauer geht halt runter. Oder ist halt hier, wenn du mal guckst, bei ihm hier hinten, als es bei ihm hier hinten angekommen ist, um wie viele Runden hat er nach einer kriegt er den schon, ne, weil, hier vier, da drei, da zwei, da eine, wenn das so rumläuft. Weil er geht ja nur vier Züge, der Tanz. Und er fängt halt irgendwo an und die Dauer resettet sich halt nicht, wenn der neu bei irgendwo sich ansiedelt. Das ist krass. So, das heißt, du weißt, du kannst es sogar noch steuern, wenn du weißt, okay, wenn ich die Ballade bei dem ansetze, dann hat der da hinten nur noch einen Zug und ist dann tot, zum Beispiel. Ne? Ob man das jetzt so genau plant, weiß ich nicht, aber man kann theoretisch da ein bisschen, ja, in die, in die Planung reingehen, wie man es, wie du es nennen willst. Und dann, ja, kann er das hier natürlich dann easy gewinnen. So, hier haben wir das Beispiel. Jetzt haben wir Rotband mal in der Defensive. So, und wir sehen hier, Arthur hat Immunität. Ja? Auf Riss, zack, Resist. Hast du gesehen? Ah. Da. Resist. Na, das heißt, wenn Immunität da ist, wenn die vorher da ist, dann setzt sich dieser Tanz auch nicht. Gut. Ne? Das, äh, ist jetzt nochmal so die Bestätigung zu dem, was ich gesagt habe. Das ist ja bei den anderen Tänzen nicht anders. Ne? Okay, so, und jetzt habe ich nochmal zum Abschluss einen Test gemacht. Das war, das war praktisch das allererste Video. Ähm, oder da Fakir hatte schon geschickt und ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe extra hier einfach mal so ein, so ein Dulli-Team genommen, ne? Damit ich hier nicht, irgendwie was kille oder sowas. Äh, aus Versehen oder ihn nicht aus Versehen kille. So, ähm, Ziel war, ihn zu triggern. So, ist gelungen. Ja, dann kommt natürlich ja so eine Kombo, ne? Alles gut. so, so, er feuert. 984 Schaden auf 335. Ne? Das vielleicht nochmal genau. Da können wir nochmal eben gucken, wie viel Schaden macht er denn? Der scheint da jetzt voll zu sein. 1736. Ja? Also was, ich, ich gehe davon aus, dass der Limit Break 2 war. ne? Ähm, 1700 Schaden. Wenn du dann mal überlegst, am Ende kommen nochmal 1700 dazu, könntest du jetzt sagen, der macht 3400 auf den ein. Ja? Das ist schon, schon ein finaler Kill, würde ich jetzt mal sagen. So. Kombo kommt rein. So, er macht jetzt 984 war das, ja. So, jetzt tanzt mein Ray. So, Silence, ne? Ich drücke da mal so ein bisschen fröhlich drauf rum. Zack. Eino wäre an, zack, gesilenced. Boom. Läuft so durch. Rückgelaufen. Drei Züge noch. Also, macht ja Sinn. Ne? Das ist, das ist das Beispiel, was ich damit zeigen wollte. Bei ihm, angefangen, vierter Zug. Nächster Zug, ein weiter, sind dann bei drei Züge. So, das heißt, Eino, ja, ist jetzt halt, nach drei Zügen kriegt sie das. So, und wenn das jetzt wieder rüber geht, weiß nicht, ob ich das dann noch gemacht habe, wenn das dann weiter zu Cell geht, dann stehen da zwei Züge. Wieder gesilenced, kannst nichts machen. So, und das ist natürlich eine krasse Sache in einer Konstellation, wenn er jetzt als Tank steht. Er feuert auf einen drauf, und was willst du dann machen? Was willst du machen, wenn er feuert? Das heißt, du kannst wirklich nur gucken, dass du entweder jemanden mitnimmst mit Immunität und hoffst, dass du den vorher ankrist, was kannst du noch machen? Du kannst einen anderen Helden mitnehmen, der einen Tanz macht, Gazelle, Odile, die Opernhelden, ja, und hoffen, dass der nicht zuerst getroffen wird, weil dann silenced ist der ja gesilenced, ja, das heißt, den Tanz, wenn der dich trifft, den zu überschreiben, das ginge. Du kannst dann noch natürlich hoffen, dass er einen Kleriker oder Mönch trifft, dass der wieder steht, und das dann halt gar nicht getanzt wird, weil, na, es von vornherein unterbunden wurde. Oder, und das ist die letzte Alternative, er feuert, trifft einen von dir, aber du hast in dem Zeitpunkt deinen Immunitätgeber an und kannst verhindern, dass sich der, der Tanz ausbreitet. Das sind die Möglichkeiten. Wenn aber das dann so aussieht, ja, dann ist doof. Dann machst du nämlich gar nichts mehr. Und dann musst du Steine spielen, kannst aber hier nichts machen, triggerst vielleicht die anderen. Das Video ist jetzt zu Ende, ne, ich hab dann nicht weitergemacht, weil da war mein Test dann zu Ende. Ähm, du triggerst ja dann nur noch die Gegner, die schießen dann auf dich. Dann kommen noch 1700 Schaden, daran musst du ja auch noch denken, ja. Also, ja, und, er wäre jetzt auch gleich dann schon wieder am Start, ne, das ist jetzt natürlich nur hier, äh, drauf ausgelegtes Beispiel, aber das kann ja auch so passieren, dass du dann halt nichts irgendwie dann da, also, du kriegst dann nichts mehr hin, ne, und, ähm, das Ding ist ja, ähm, ich, wir, wir, wir gucken uns mal, ich, ich zeig's mal einmal auf Englisch, ne, ich mein, das ist jetzt im Endeffekt selbst egal, was da auf Englisch steht, weil wir haben's ja jetzt gerade in dem Video gesehen, aber, nur mal so als Beispiel, macht 550 Schaden auf das Ziel, so, das Ziel, tanzt zu der Ballade für vier Züge, der Tanz, ähm, verteilt sich, oder, ähm, breitet sich auf nahe Gegner aus, und guck mal, da steht im Deutschen was ganz anderes, hier steht klipp und klar, er geht auf einen, und der Tanz dauert vier Züge und er geht danach auf mehrere, was macht die deutsche Variante, er, er, er schießt den Tanz auf drei, da steht weder, dass es nur auf einen ist, noch, dass sich der Tanz ausbreitet, also, die deutsche Version, völliger Humbug, völlig, völlig was anderes, es ist auch, es ist auch was anderes, ja, es ist was anderes, wenn ich schreibe, er trifft auf einen, und es breitet sich auf alle aus, weil dann passiert das, was wir gesehen haben, oder ich sage, er trifft nur drei, äh, meiner nur, meiner nur, ähm, von daher, äh, das ist, ich weiß, ich weiß nicht, was, was das immer soll, dass da so krasse, so krasse Fehler sind, bei ihm stimmt's zumindest, also, das, das ist natürlich, echt scheiße, für Leute, die jetzt nicht fit im Englischen sind, ja, oder auch einfach nicht dran denken, ich denke ja auch nicht immer dran, wenn ich einen Helden vorstelle, mir den vorher auf Englisch anzugucken, weil ich einfach davon ausgehe, dass die, dass die Entwickler, dass die, äh, Übersetzer, oder wer auch immer, dass die, dass die das vernünftig machen, ja, oder dass die das auch irgendwie mal kontrollieren, oder sowas, dass dann solche Dinge da durchkommen, puh, schwierig, ja, weil, ähm, das macht halt den Helden schon ein bisschen anders, also, deswegen, ähm, ein bisschen, ein bisschen tricky ist das, so, das heißt, dieser Held, ist meiner Meinung nach, aktuell, der krasseste, ja, ich möchte es nur schon mal sagen, bevor jetzt alle loslaufen, und sagen, da muss ich jetzt ganz viel Geld reinstecken, um diesen Helden zu haben, der ist schon wieder so gut, dass ich mir vorstellen könnte, dass der irgendwann, dass der irgendwann, in die deutsche Richtung, genervt wird, sprich, dass er dann nur noch fix auf 3 geht, oder sowas, oder die ändern sowas komplett und machen, er geht wirklich nur auf 1, macht 550 Schaden, silenced den und wird schnell, oder, keine Ahnung, meistens Mana-Geschwindigkeit ändern sie ja nicht, die ändern ja nur das Special, ähm, das heißt, hier würde ich ein Ausrufezeichen geben, bedenke, bedenke, wenn ein Held sehr stark ist, es könnte sich was ändern, ja, ich weiß das, also, ich weiß, dass, dass die Möglichkeit besteht, nicht, dass er jetzt irgendwie geschwächt wird, ich will nur darauf hinweisen, nicht, dass es irgendwie Leute dann ganz, ganz hart trifft, oder sowas, und die sagen, oh, jetzt ist sowas schon wieder passiert, und ich hab's nicht kommen sehen, da mal die Warnung, natürlich, auf der einen Seite, hab ich auch schon die Argumentation gehört, was für ein Blödsinn, bei Pfefferflamme, und bei Popit, und bei Starwalker, nehmen sie den Effekt, dass, das getriggert wird, ja, und hier hast du jetzt halt praktisch, ähm, doppelten Schaden, ja, also, der macht, der macht, der haben wir ja gesehen, 1700 Schaden ungefähr, und nach vier Zügen ballert er nochmal 1700 Schaden aus, gut, äh, kann man, kann man vielleicht so sehen, sehe ich jetzt, nicht unbedingt so, aber ich hab auch die ganze andere Thematik, alles ein bisschen anders gesehen, ja, ähm, deswegen, aber da, da geht's halt schon los, wie, wie kann man so einen Helden dann wieder, da rausbringen, zumal, muss man ja auch dazu sagen, 1700 dann, am Ende, auf alle, äh, wenn alle noch stehen, weil der Tanz, breitet sich dann ja aus, wir haben's ja in dem Video gesehen, er trifft ja alle, nur, sodass der Letzte, der dann getroffen wird, ähm, nach einem Zug schon die Schaden, den Schaden kriegt, also, der ist stark, der ist wirklich, wirklich stark, da kannst du auch schon das Attribut OP mit reinbringen, ja, ähm, deswegen hier an der Stelle schon mal ganz frisch die Warnung bedenke, obacht, da kann gegebenenfalls irgendwann was passieren, verkauf also nicht dein Haus, um diesen Helden zu kriegen, du wirst es noch brauchen, ja, deswegen, ich warne nur schon mal, nicht, dass, äh, dann am Ende wieder Leute, sich beschweren und aus allen Wolken fallen oder sowas, das ist so ein Kandidat, der hätte Potenzial, aber das werden wir sehen, kann auch sein, dass sie ihn einfach lassen, ne, das ist auch möglich, natürlich ist das möglich, weiß ja nicht, dass jeder, den wir richtig krass finden, dass der, äh, automatisch runter geht, ne, also wer ihn jetzt kriegt, würde ich sagen, auf jeden Fall leveln, ja, auch voll machen und so lange spielen, wie es geht, ja, natürlich, und, äh, vielleicht kann man sogar dann, ähm, ganz lange spielen, aber es kann auch sein, dass es halt ein bisschen, ein bisschen kürzer ist, die Möglichkeit steht im Raum, so, gibt keine Informationen darüber, natürlich nicht, ist ja auch erst so frisch raus, ne, das wäre ja blöd, wenn sie da schon was sagen würden, ich weise nur drauf hin, gut, okay, dann bin ich fertig mit Hinweisen und mit allem anderen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, falls ihr irgendwas rausfindet, oder sagt, äh, da, das könnte man auch dazu sagen, also schreibt es in die Kommentare, ja, helft euch wieder gegenseitig, und dann sehen wir uns im nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ciao, ciao. und dann sehen wir uns im nächsten Video, Vielen Dank.